Was hier um sich greift, ist Minimum Ernüchterung. Ich glaube, die sind noch nicht mal fähig, hier irgendwelche Wutäußerungen loszulassen. Zu deprimierend ist das, was sich da über 90 Minuten getan hat. Adler kann sicher schneller sprinten, als er das in dieser Situation getan hat. Ausgangspunkt des Ganzen war der Freistoß von Van der Pfad, der in den Armen von Militz landet. Petersen in der Nachspielzeit mit seinem zweiten Tor und jetzt, da Wolfgang Stark abgefiffen hat, ist Werder Bremen einmal mehr Nordderby-Sieger hier in Hamburg.